Was für ein ereignisreicher und interessanter Auftakt in das erste Sprintwochenende der Saison 2024, liebe Motorsportmagazin.com Freunde und Formel 1 Fans. China hat beim Comeback abgeliefert, schon im ersten und einzigen freien Training war eine ganze Menge los, sowohl auf als auch neben der Strecke. Neben der Strecke war natürlich die große Geschichte, das Feuer, das plötzlich da war, niemand konnte es sich erklären. Dann gehen wir später in die Sprintqualifikation und das Feuer kommt wieder aber an einer anderen Stelle. Das wollen wir uns erstmal ein bisschen genauer anschauen, bevor wir dann über das Sportliche sprechen und das hat heute auch wirklich in sich. Zunächst einmal das Feuer, wir gehen wieder zurück ins erste und einzige freie Training. Plötzlich war rot, die Kameras haben umgeschwenkt und haben ein Feuer in der Auslaufzone gezeigt. Der Rasen hat Feuer gefangen, wir wissen aber nicht warum. Feuer konnte schnell gelöscht werden, Session wurde wieder aufgenommen nach kurzer Unterbrechung. Dann gehen wir in die Sprintqualifikation und am Ende von SQ1 berichten die Fahrer wieder, Moment mal, da ist ein Feuer. Die FIA hat sich das Ganze angeschaut, denn eine richtige Brandursache konnte man erstmal nicht sehen. Ein oder andere meint vielleicht scherzhaft, dass Nico Rosberg vor Ort ist und das ist ja, was Feuer und Explosionen angeht, so eine kleine Geschichte. Aber nein, die FIA muss sich das natürlich ernsthaft anschauen, denn es waren jetzt keine Bedingungen, wo man sagen könnte, da war die Sonne so stark, da hat man eine Dürreperiode, da kann mal irgendwas in Brand geraten. Ganz im Gegenteil. Die Tage zuvor hatte es in Shanghai relativ heftig geregnet und auch an diesem Tag war das Wetter nicht besonders gut. Später ist ja dann noch der Regen aufgezogen. Also daran konnte es eigentlich nicht liegen. Die erste Analyse der FIA war, dass die Funken der Autos dazu geführt haben, dass der Rasen eben Feuer gefangen hat. Die Autos sprühen ja seit einigen Jahren wieder stärker Funken. 2015 wurden die Titan Skidblocks wieder verpflichtend eingeführt. Diese Titan Skidblocks, also zuvor gab es ja auch schon Skidblocks, aber eben aus anderen Materialien, die waren deutlich schwerer, haben den Unterboden deutlich besser geschützt. Denn diese Skidblocks sind dafür da, um den Holzunterboden, muss ja nicht mehr Holz sein, man sagt gerne dazu, aber es ist ein holzähnliches Material von der Dichte her. Der muss geschützt werden, eben darf sich nicht besonders stark abnutzen am Rennwochenende und dann vor allem im Rennen. Und deswegen gibt es da diese Metallplättchen drumherum und die setzen dann als erstes auf und sprühen dabei Funken. Seit 2015 sind das eben wieder verpflichtend Titan Skidblocks. Die sprühen schöne Funken, bislang alles kein großes Problem, sieht spektakulär aus. Auch die Fahrer haben eigentlich keine größeren Probleme berichtet, auch wenn sie es mal ein bisschen in den Helm reinkriegen oder ins Visier. Alles okay, jetzt aber haben sie offenbar dafür gesorgt, dass der Rasen Feuer fing. Und das ist schon eine interessante Geschichte. Wie gesagt, die äußeren Bedingungen waren jetzt nicht so, dass das da förderlich dafür gewesen wäre, für dieses Feuer. Ich bin mir sicher, die FIA wird sich das genauer anschauen, denn wenn die äußeren Bedingungen dann mal ein bisschen anders sind, wenn wir eine Dürreperiode haben und die Sonne richtig runterknallt, dann könnte sowas durchaus gefährlich werden, wenn man so einen Brand nicht sofort in den Griff bekommt. Soviel erst einmal zum ungewöhnlichen Zwischenfall. Bin mal gespannt, ob euch so etwas Ähnliches einfällt. In anderen Rennserien habe ich gehört, in Australien vor allem soll das öfter mal vorkommen. In der Formel 1 habe ich sowas noch nie gesehen. Vielleicht ist der eine oder andere schon ein bisschen länger dabei oder hat ein besseres Gedächtnis. Schreibt es gerne mal runter in die Kommentare. Jetzt aber zum Sportlichen und wir gehen rein in die Sprintqualifikation. Überspringen SQ1 und SQ2. Da war es noch trocken und dann kam SQ3. Und da müssen wir uns ein bisschen auch bedanken bei dem Feuer, denn das hat ja für eine kleine Verzögerung zwischen SQ1 und SQ2 gesorgt. Und wenn man dann so will, hat das dafür gesorgt, dass SQ3 komplett unter nassen Bedingungen stattgefunden hat. Von Anfang an alle Piloten auf den Intermediate-Reifen unterwegs gewesen. Und das war eine richtig spannende Session. Man hat schon von Anfang an gesehen, dass sich da das Kräfteverhältnis ordentlich durcheinander würfeln lässt, wie es so oft ist im Regen. Trotzdem gibt es so ein paar Kandidaten, die da eigentlich immer vorne sind. Max Verstappen zum Beispiel, über den sprechen wir später. Der war diesmal nicht so gut mit dabei, aber dafür Lando Norris. Wenn man sich da die Zwischenzeiten angeschaut hat, wusste man, okay, der ist absolut der Top-Favorit auf die Pole-Position für den Sprint. Dann hat er aber auf seiner vorletzten Runde einen gröberen Fehler in der Zielkurve gemacht. Hat so die Bestzeit weggeschmissen. Trotzdem war es noch eine richtig gute Zeit. 2-0-0, 8-6-3 hieß seine Rundenzeit, trotz des Fehlers in der letzten Kurve. Wäre auch schon eine ordentliche Zeit gewesen. Aber die anschließende Runde, die war noch deutlich besser. Da hat er keinen Fehler gemacht. Eine Minute, 57, neunzehntel und vierhundertstel. Das war mit Abstand die schnellste Zeit im SQ3. 1,3 Sekunden vor Position 2, über zwei Sekunden auf Position 3. Also das war eine Machtdemonstration. Aber so einfach ist es in der Formel 1 nicht. Ich habe ja gesagt, gleich die anschließende Runde. Es gab bei diesen Bedingungen keine Cooldown-Labs, keine Charge-Labs. Nein, man ist durchgehend einfach schnelle Runden gefahren. Hat geschaut, wo kann man Grip finden. Ganz schwierige Bedingungen. Vor allem auf dem Asphalt sprechen wir auch noch ein bisschen drüber später. Und ja, jetzt habe ich gesagt, in der vorherigen Runde hat er einen Fehler gemacht. In der Zielkurve ist er zu weit raus. Und da haben bei uns in der Redaktion schon die Alarmglocken geschrillt. Haben wir gesagt, Moment mal, ist denn die nächste Runde überhaupt gültig? Die Rennleitung hat das erstmal gesagt, nö, ist nicht gültig. Hat die Zeit also gestrichen. Somit Landon Norris nicht auf Pole Position. Dann hat es aber nicht lange gedauert. Und die Rundenzeit war doch wieder gültig. Was hatte es damit auf sich? Es ist ein bisschen kompliziert. Und ich glaube, es sorgt auch noch für reichlich Diskussionen. Denn in den Race Director Notes stellt der Rennleiter ja immer klar, wann Rundenzeiten gestrichen werden. Unter Nils Wittig ist das eigentlich ganz klar. Da gibt es keine Diskussion. Weiße Linie ist die Streckenbegrenzung. Wer darüber hinaus fährt, wird die Runde gestrichen. Egal, ob er dabei Zeit verloren hat oder nicht. Deswegen wurden zahlreiche Rundenzeiten gestrichen. Auch wenn man ins Kisbett gefahren ist, dabei drei, vier Sekunden verloren hat. Völlig egal, die Rundenzeit wurde gestrichen. Das ist seit jeher die Herangehensweise von Nils Wittig. Natürlich gibt es aber so ein bisschen Probleme an der ganzen Geschichte. Einerseits hat er in den Race Director Notes diesmal vergessen reinzuschreiben, dass die Rundenzeiten auch in der Sprintqualifikation und im Sprint gestrichen werden. Es war nur von Qualifying und Rennen die Rede. Also wahrscheinlich ein kleiner Copy and Paste Fehler. Und es stand nicht in den Race Director Notes drinnen, dass die darauf folgende Runde gestrichen wird, wenn man in der letzten Kurve von der Strecke abkommt. Das steht nicht jedes Mal drinnen, aber bei Strecken, wo man sich einen Vorteil verschaffen könnte. Historisch gesehen ist Shanghai eigentlich so eine Strecke, wo man sich einen Vorteil verschaffen könnte, durch zu weit gehen in der letzten Kurve. Jetzt haben wir aber den Fall, wir haben es gestern schon besprochen, dass wir da wieder einen kleinen Streifen Kisbett haben. Deswegen kann man sagen, naja, man hat sowieso keinen Vorteil, wenn man da rausfällt. Norris hatte an der Stelle überhaupt keinen Vorteil. Brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Aber mit der Herangehensweise von Nils Wittig kann man natürlich darüber diskutieren. Er sagt ja generell, jede Rundenzeit wird gestrichen, egal ob man jetzt einen Vorteil hatte oder nicht. Und dann ist die Diskussion, wird jetzt auch jede Runde gestrichen, wenn ich in der letzten Kurve den Vorteil hatte, ja oder nein. In dem Fall stand es nicht in den Race Director Notes. Deswegen wahrscheinlich rechtlich gesehen, oder rechtlich gesehen ist in der Formel 1 immer eine schwierige Sache, aber wenn man das Reglement so auslegt, ist es dann so, kein Vorteil, steht nirgends geschrieben, dass die Rundenzeit gestrichen wird. Und deswegen hat Landon Norris also seine Rundenzeit und damit die Pole Position zurückbekommen. Ich habe es angesprochen, bei uns in der Redaktion war das eine größere Diskussion. Soll man da jetzt einfach sagen, wenn man ohnehin schon sagt, alles was außerhalb der weißen Linie ist, ist immer eine gestrichene Rundenzeit, egal ob man einen Vorteil hat oder nicht, dann muss man es auch in der letzten Kurve so machen, dass die nächste Runde gestrichen wird. Weil wenn ich da so konsequent bin, wieso auf der anderen Seite nicht? Interessante Diskussion. Ich bin auf eure Meinung gespannt, wenn ihr nicht nur unter unseren YouTube-Videos darüber mit uns diskutieren wollt, sondern vielleicht auch in der Redaktion. Dann bewerbt euch doch. Ihr könnt zum Beispiel mal reinschnuppern, wenn ihr noch nicht so viel Erfahrung habt, in einem sechsmonatigen Praktikum. Ganz wichtig, alles hier an unserem Standort in Graz. Wenn ihr schon Erfahrung habt, dann natürlich auch gerne direkt einsteigen. Alle Informationen dazu gibt es auf jobs.motorsport-magazin.com Dann kommen wir zu den Altmeistern. Die haben mal wieder gezeigt, was in ihnen steckt, vor allem bei schwierigen Verhältnissen. Lewis Hamilton auf Position 2, Fernando Alonso auf Position 3. Man kann fast sagen, schade, dass Lando Norris die Pole behalten hat. Sonst wäre das eine richtig coole erste Startreihe gewesen mit Hamilton und Alonso. So ist es natürlich auch eine coole Startreihenfolge. Wir gönnen es auch Lando Norris. Aber das wäre schon eine schöne Geschichte gewesen. Die Leistungen der Altmeister ist besonders hervorzuheben, wenn man sich ihre Teamkollegen anschaut. Hamilton also Zweiter, Russell nur auf Position 11, der ist schon im SQ2 ausgeschieden. Alonso auf 3, Lance Stroll nur auf Position 15, ebenfalls im SQ2 ausgeschieden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, bei trockenen Bedingungen, da war nicht so viel zwischen den beiden. Das muss man wirklich fairerweise dazu sagen. Es war dann im Regen, dass die Altmeister ihre Erfahrung ausspielen konnten und auch die wahre Pace ihres Autos ein bisschen übersteigern konnten. Denn bei trockenen Bedingungen, da wäre es weder für Lewis Hamilton noch für Fernando Alonso wohl so weit nach vorne gegangen. Bei Lewis Hamilton sah es dann im SQ3 auch erstmal gar nicht gut aus. Der hatte Null Grip, ist dann als einer von wenigen Piloten in die Box gegangen, hat sich einen frischen Satz in das geholt und ist wieder rausgegangen. Wahrscheinlich ging es da jetzt nicht darum, dass er einen schlechten Satz erwischt hat oder dass die Reifen schon abgefahren waren. Nein, die hatten erstmal nur eine Runde drauf. Das war überhaupt nicht das Problem. Wahrscheinlich hat man da am Druck ein bisschen nachjustiert bei Mercedes. Höherer Luftdruck, in den Intermediatreifen, sorgt dafür, dass die Temperatur besser reinkommt in den Reifen. Weniger Auflagefläche, ja, aber Temperatur. Und Temperatur war das A und O, was wir auch gleich bei Max Verstappen noch sehen werden. Und dann lief es bei ihm danach richtig gut, zwei ordentliche Runden hingeknallt und somit auf die provisorische Pole mal gefahren. Dann wurde aber die Rundenzeit von Lando Norris doch gewertet und somit nur Platz zwei, aber richtig starke Leistung von Lewis Hamilton. Das Gleiche gilt für Fernando Alonso, der ist draußen geblieben auf seinem Reifensatz, hat aber auch das gesamte nasse SQ3 über einen richtig starken Eindruck gemacht, weniger Fehler gemacht als die Konkurrenz und dann eben Position drei. Im Sprint wird das natürlich auch spannend, denn die beiden stehen, wenn man nur die Performance ihrer Autos anschaut, dann, wenn es trocken sein sollte, wirklich out of position und das könnte durch doch ein sehr, sehr spannendes Duell mit den beiden werden. Ein Duell möglicherweise oder höchstwahrscheinlich auch mit Max Verstappen und dann vielleicht auch noch mit Charles Leclerc, die jüngeren Piloten im Feld, die hatten durchaus ein bisschen Probleme. Lando Norris da ganz vorne mal etwas ausgenommen. Charles Leclerc, der hat im Regen ja öfter mal etwas größere Probleme. Diesmal hat er es schon in der Outlab, weil er nicht so ganz hinbekommen, hat sich da gedreht, ist leicht eingeschlagen, hat sich den Frontflügel beschädigt. Am Ende ist er Siebter geworden. Er selbst sagt, naja, das war am Ende gar nicht so dramatisch, weil die Pace war einfach nicht da. Hat auch Carlos Sainz, der Teamkollege, gesagt, er wurde Fünfter. Bei Ferrari hat man die Reifen nicht ins Arbeitsfenster bekommen und deswegen war man dann bei regnerischen Bedingungen so abgeschlagen. Das Gleiche gilt auch für Max Verstappen, auch wenn er seinen Red Bull auf der Straße halten konnte, zumindest meistens. Der ist aber eigentlich ein absoluter Regenspezialist. Wir erinnern uns alle an Brasilien, als er da mal schon gekreiselt ist und Millimeter vor der Wand das Auto noch abgefangen hat. Wir erinnern uns an die Erzählungen über dieses Norris-Ring-Formel-3-Rennen, als er da zwei Sekunden schneller gefahren ist als alle anderen im Regen und jetzt war er komplett von der Rolle. Bei ihm ging gar nichts. Am Ende immerhin Startplatz 4. Zwei Rundenzeiten gestrichen und dann die letzte hätte man vielleicht ausstreichen können. Gleiches Problem wie bei Landon Norris, weil er eben in der Zielkurve zu weit rausgekommen ist. Er selbst sagt, er ist wie auf Eis gefahren, hat das nie richtig zum Arbeiten bekommen. Am Ende eine verdiente Position dann. Also der wollte dann auch gar nicht mehr. Dr. Helmut Marko, der hat bei den Kollegen von Servus TV ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und meinte, es war ganz komisch. Es hängt wahrscheinlich auch mit Reifendrücken zusammen. Bei Mercedes hat man also eben beobachtet, dass Hamilton erst überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Dann frische Reifen drauf, wohl mit höheren Luftdrücken und auf einmal hat er die Reifen ins Arbeitsfenster bekommen. Bei Red Bull hat das nicht funktioniert. Man ist einfach einem Reifensatz geblieben, aber das Komische dann war, dass die Luftdrücke bei Perez und Verstappen ziemlich identisch waren. Perez hingegen hat das Ganze zum Arbeiten gebracht, hat Temperaturen reingebracht, Temperaturen sind gestiegen bei ihm, wohingegen bei Verstappen die Temperaturen sogar zurückgegangen sind während der Fahrt. Jetzt fragt man sich, warum ist Perez nicht weiter vorne? Er hatte einen Fehler auf seiner letzten Runde. Er wäre deutlich weiter vorne gestanden, normalerweise so nur auf Position 6. Auch bei ihm war es die Zielkurve. Warum hat es aber bei Perez funktioniert und bei Verstappen nicht? Das ist die große Frage, das große Rätsel. Wenn wir uns mal die Onboards anschauen und die Linienwahl, da hat man bei Verstappen von Anfang an gesehen, der ist rausgegangen und ist Regenlinie gefahren. Das macht er immer, da ist ein richtiger Spezialist dafür. Klar, Regenlinie kennt natürlich jeder professionelle Rennfahrer. Man versucht von der Ideallinie wegzubleiben, weil auf der Ideallinie am meisten Gummi ist und der Gummi ist dann eben durch den Regen relativ rutschig. Deswegen fährt man da eine komplett andere Linie. Jeder, der schon mal kart gefahren ist im Regen, kennt das. Da ist es mit den Slicks noch viel extremer. Also gerne mal ausprobieren. Dann wisst ihr, wovon wir da immer sprechen bei solchen Sachen oder vor allem die Rennfahrer dann sprechen. Verstappen hat es aber dabei belassen. Andere Fahrer haben die Linie angepasst und sind nicht so eine starke Regenlinie gefahren. Die sind eigentlich fast auf der Ideallinie gefahren. Sergio Perez unter anderem. Lando Norris ganz extrem. Wieso ist das hier so interessant? Wir haben gestern ja viel darüber gesprochen, dass am Asphalt was gemacht wurde. Der Asphalt wurde versiegelt. Es gab eine Bitumenschicht drüber und diese Bitumenschicht hat sich wie erwartet relativ schnell aufgelöst. Also auf die Ideallinie war da nicht mehr viel zu sehen von. Diese Bitumenschicht hat aber erstmal auch nicht so viel Grip geliefert. Jetzt könnt ihr euch denken, okay, im Regen, dann ist die Bitumenschicht weg. Es liegt nicht allzu viel Gummi drauf. Also ist die Ideallinie vielleicht ganz ordentlich. Neben der Ideallinie, da liegt eben diese Versiegelungsschicht noch und deswegen weniger Grip. Also das wäre jetzt mal so meine erste Analyse der Situation gewesen. Ihr könnt euch mal alle Onboards durchschauen, wenn ihr einen Zugang habt. Also wirklich ganz interessant zu sehen. Da sieht man in manchen Kurven auch, wie riesige Unterschiede sind. Also ich glaube zum Beispiel in Turn 12 fährt Norris, ich habe es nicht nachgestoppt, die Daten liegen uns heute leider nicht vor, aber gefühlt hätte ich gesagt, hat dann Norris alleine an dieser Stelle eine Sekunde gewonnen auf Verstappen, fährt dann eine ganz andere Linie und findet eben den Grip, den Verstappen nicht findet. Und wenn man dann den Grip findet, kriegt man natürlich auch mehr Energie in die Reifen rein. Mehr Energie bedeutet auch mehr Temperatur. Und so hat man einen positiven Teufelskreis, während der andere einen negativen Teufelskreis hat. Aber das war ja nur die Qualifikation und auch nur die Qualifikation für den Sprint. Wenn wir jetzt mal schauen, was erwartet uns dort. Ja, ganz interessant wird der Start, denn da gibt es auch ungleichmäßige Verteilung von Grip. Die Start- und Zielgerade ist ja so, oder die Startplätze sind ja so, dass man da quer drüber fährt. Also jetzt bin ich mal gespannt. Verstappen glaubt, er steht da eher auf der schlechten Seite. Also Start wird da ganz heikel. Aber ich glaube trotzdem, dass Max Verstappen als großer Favorit in diesen Sprint reingeht, wenn es trocken sein sollte. Denn 19 Runden auf dem Shanghai International Circuit ist eine ordentliche Distanz auf einem Reifensatz. Vorne links der Reifen, der gibt relativ schnell auf. Das haben wir auch schon im Training gesehen. Und da würde ich sagen, ist der Red Bull doch noch großer Favorit mit einer Einschränkung. Und das haben wir im Vorfeld auch schon öfter gesagt. Graining könnte ein Thema sein und Vorderachse. Das waren nicht so die ganz großen Stärken mit Red Bull immer. Aber Verstappen glaubt, dass man das in den Griff bekommen hat. Er war mit der trockenen Performance sehr zufrieden. War ja auch im SQ2 auf Position 1. Und deswegen würde ich mal sagen, einige Fahrer, die da vorne out of position starten, vor allem natürlich Alonso und Hamilton, wenn ich mein Geld wetten müsste. Ich würde es auch Verstappen wetten. Aber es ist angerichtet, ihr seht es, für einen richtig spannenden Sprint. Und danach haben wir auch noch die Qualifikation für den Grand Prix. Das wird wirklich ein spektakulärer Samstag. Ich freue mich drauf. Ich finde das neue Sprintformat jetzt schon gelungen. Und mindestens genauso gelungen sind natürlich auch immer unsere Printausgaben. Letzte Chance, Ausgabe Nummer 95 bei uns, sind jetzt in Deutschland schon die ersten Ausgaben von Ausgabe Nummer 96 angekommen. Sie duftet wieder hervorragend, aber abgesehen vom Duft gibt es natürlich auch richtig spannende Inhalte. Zum Beispiel über die Motoren ab 2026. So viele Details dazu habt ihr noch nirgends gelesen. Das verspreche ich euch. Exklusive Geschichte mit dem FIA-Technik-Chef Nikolas Tombatzis. Alles auf abo.motorsport-magazin.com all das und natürlich noch viel mehr.